Komm schon, halt dich fest und das kriegst du hin. Jetzt runter, runter! Aber ich komm ja nicht runter, heute Abend! Das klappt nicht so ganz hier. So. So, komm schon. Jetzt geh doch noch runter. Ach, er hängt da fest und komm nicht runter, weil er zu doof ist. Ja, mach's halt so, ey. So. Ja. Das wird doch niemals reichen. Ja, es klappt nicht. Was für die Babyfair wieder runterfallen. Wie soll das nicht schaffen? Wie soll ich da rechtzeitig hinkommen, um da bin ich ja noch zuhauen kann? Ah! Das war eigentlich nicht geplant. Ich soll da rechtzeitig hinkommen. Das weiß ich grad nicht so ganz genau. Ich kann da nur rüber, ich muss da rüber springen, aber wie soll das gehen? Komm her! Hau zu! Ja, macht doch was falsch für was zuhauen. Das bringt mir nichts. Wie krieg ich diesen Blöck? Wie kommen die da an diesen blöden anderen Schwachpunkten ran? Am rechten Arm? Keine Ahnung, ich bin grad voll überlegen. Wenn ich rüber springe theoretisch, aber es ist viel zu weit. So. Ach Gott, halt die einfach fest, verdammt. So. Komm schon. Na! Ja, genau! Das häng ich jetzt am, das häng ich hier am Bein. Interessant. Ja, komm hier. Ja, das geht aber auch nicht. Ach Gott. Wieso bin ich denn hier runtergefallen? Na, da ist doch keiner mehr. Ich bin längst weg. Ja, ihr seht, ich hab ein paar Probleme bei dem. Ich sollte doch mal weglaufen. Mal nur als Idee. Wie ich wieder drauflaufen kann. So, ja. Ja, falle ich wieder direkt da, wo ich nicht festhalten kann. Was seltsam ist. Es klappt nicht. Ach, ich bin mal ein bisschen blöd dafür. Ach, komm schon. Am rechten Arm, da muss ich ankommen. Was soll ich damit? Wie kommt man da ran? Wie kommt man da ran? Wie kommt man da ran? Na, das lief mir mal, das lief mir mal besser. Dann hatte ich auch genug Zeit hier was zu machen, hä. Ah, ich muss auch an der anderen Seite kommen. Auf der anderen Seite muss ich irgendwie kommen, so. So, da muss ich ran kommen. So. Kann mich wieder ausruhen und wieder nach oben kommen. Meiiiin. Es sei denn, er macht ruckartige Bewegungen, dann natürlich nicht. So. 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 Ja, bleib doch. Komm mal einfach lang da. So. Ich seh jetzt gar nicht, wo ich hin muss. Kann, ich kann nur, ich kann nur hinten rum. Ich muss hinten rum. Ja, super. Super. Ja, ich muss, ich muss hier bleiben auch mal. So. 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 Komm schon. Komm schon. So. Es kommt nur hin, verdammt. Meine Güte. Ja, ich bin hier drauf, ich weiß, aber ich muss ihn irgendwie erwischen. Komm schon. So. Ich mach' die falsche Taktik. Das würde nicht gut gehen. Das würde nicht gut gehen. Das würde nicht gut gehen. Hätte aber doch lieber zuhauen sollen. Man hat mich nach oben zu klettern. Ach Gott, so wird das nur ewig dann gedauern. Ach ja, der Koloss ist für mich nicht einfach. Weil er wackelt zu sehr. Einfach mal ruhig zu sein und sich mal töten zu lassen. Boah, nee. Na Gott, leih auch dazu. Mal hängen zu bleiben. So. Ach, komm schon. Hau noch mal zu. Wir machen das ganz schnell, äh. Ja. Gut, ich sterbe nicht, aber ich krieg da auch nicht wirklich gut hin. Na ja, ich hab ja gesagt, ich werde ziemlich viel fehlschlagen, habe mich schon angekündigt in der ersten Folge. Und ja, in der zweiten Folge war es. Und so kommt's. Na ja, komm noch. Haut einfach mal zu, verdammt. Na ja, doch nicht so, Mann. Hau doch zu. Ach, Mann. Den Glieder wieder festhalten kann. Äh. Hab doch mal, jetzt brauch doch noch mal zu, verdammt nochmal vernünftig, damit ich immer hochkomme. Hab keine ganze Tagzeit. Wenn ich die ganze Zeit nur im Kreis und will nicht, was ich machen will. Aber will der mich vereinbaren hier? Ist wieder am Rand gelaufen, ey. Am Kreis gerannt. Ach, da muss man mal in der Mitte laufen, sonst wird das hier nichts. Ich mach immer mal deine Schote da. Komm her. Na endlich. Und gleich so. Und der hat mich getroffen, verdammt. Na, jetzt bleibt, der bleibt drauf. Hey. Die sind mir nicht mehr runtergefallen. Man musste nicht mehr hängen, irgendwie. So. Und wieder hoch. So, komm her. Komm her. Lass dich fallen. Ja, aber so und nicht. Na ja, gut. Das ging noch, aber... Ich komm her. Halt dich da die drauf. Häng die doch einfach mal fest, da. Das ist so blödes Fell. Ah, ich krieg gar nichts hin hier, weil... Komm schon. Na endlich. Oh. Hab ich den erwischt. Hier hochkomme, rechtzeitig. Ich befürchte nicht. Weil er zu sehr wackelt hier oben. Komm schon, komm schon. Das schaffste. Uah. Dann muss man kurz festhalten. Dann müsste man eigentlich gleich kriegen, wenn wir lang genug hier ausharren können. So. Kann man wieder regenerieren. Dann müsste man eigentlich in der Schaffen. So. Uah. Ja, man darf natürlich nicht zu sicher sein. So, jetzt aber. So. Dann hängen wir mir am Kopf. Und jetzt können wir ihn lange aber sicher... So. Das hat mir die weh. Gut an ihm loszuwerden. Ach. Ich hab wieder zu lange gewartet. So. Ich wollt grad. So. Komm her. Komm her. Müsst doch langer gewesen sein. Komm her. So. Einen noch. Das war's. Endlich. Das war gar nicht einfach. Da haben wir ein bisschen Probleme gehabt bei dem. Aber. Ja. Schwerer Modus. Dann ist halt schwerer. Es war schwierig an dem einen. An dem. Allenbogen dran zu kommen. Und das ist doch. War ne Stimme. War ziemlich schwierig da am Allenbogen dran zu kommen an dem. Hat das nicht so gut hingehauen. Ja. Hat man allgemein. Auch beim ersten Schirmproblem. Beim ersten Schwachpunkt. Beim. In der letzten war das einfachste. Weißt du immer am Kopf. Ob man da das Gehirn raus so sinngemäß. Ja. Ja. So. Haben wir das geschafft. Und können zurück zu Dormen. Oh wir werden ja zurück. Gebeamt. Ist ja so. Okay. Ein paar Erfahrungen abgeschlossen. Gehirn. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020